Philipp, 1-1 gegen Lausanne-Spaar, ein Punkt wie ein Sieg? Ja, das kann man so sagen. Vor allem sind wir lange 1-0 im Rückstand. Wir haben alles dafür gemacht, dass wir da unentschieden, wenn nicht noch einen Sieg haben, da lassen können. Uns ist leider nur ein Unentschieden gereicht und wir sind sehr glücklich über das. Und wenn man das ganze Spiel anschaut, ist es wirklich mehr als verdient, dass wir da noch den Punkt nicht halten können. Warum hat es denn schlussendlich noch gelang für den Ausgleich? Ja, ich glaube, wenn man das Spiel sieht, man sieht, dass die Mannschaft lebt, dass viel Moral da drin ist. Es ist selbstverständlich, dass man mit so einer jungen Mannschaft gegen den Leader so eine Reaktion in der zweiten Halbzeit zeigt. Und das zeigt auch, dass wir richtig gut arbeiten, dass wir eine gute Vorbereitung gemacht haben. Das ist ein riesen Lob an die ganze Mannschaft, an den ganzen Staff. Und jetzt hoffe ich, dass wir das Ganze in die nächsten Spiele mitnehmen können. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass uns genau im ersten Spiel so ein Spiel gekommen ist, wo wir die Moral gerade aufdanken können und dass wir uns an diesem Spiel eigentlich können und wissen, dass auch ein Leader bei uns Mühe wird haben. Wie hast du das Ambiente wahrgenommen mit nur wenigen Zuschauern? Ja, das ist schon ein bisschen komisch. Aber ich muss sagen, die Fans hinter der Abstrange hat man gehört. Ich glaube, auch sie haben dazu beitragen, dass wir hier in der zweiten Halbzeit eine Welle machen konnten und dass wir Losern unter Druck setzen konnten. Und sie waren wirklich 90 Minuten lautstark. Und ich glaube, das war auch jedem Spieler bewusst und schätzt, dass sie für uns da sind. Schiri, 1-1 gegen Loserns Paar, ein gefühlter Sieg? Ein gefühlter Sieg, eine sehr gute Leistung der Mannschaft. Sie haben den Willen, sie haben das Herz, sie haben die Qualität. Sie haben sich belohnt, in dem Sinne, dass sie in der Mannschaft auftreten sind, von der ersten bis zur letzten Sekunde. Ich habe ihnen gesagt, Losern hat schon 120 Minuten in den Beinen. Das heisst, sie sind im Rhythmus, sie haben Qualität, sie sind Tabellenführer der Challenge League. Aber wir sind auch stark, aber wir müssen es wieder zeigen. Wir müssen läuferisch, spielerisch dagegenhalten. Und das haben sie sehr gut und clever auch gemacht. Habt ihr vielleicht auch gewusst, dass hinten raus Losernal Kraft fehlen können? Was heisst hinten raus? Wir haben gewusst, dass du gegen Losernal nicht viel Konterchancen geben darf. Aber wir haben auch gewusst, dass wir offensiv unser Potenzial haben. Wir hatten erste Haltschance, zweite Haltschance. Aber ich glaube, das letzte ist der verdiente Punkt. Wie hast du es darum wahrgenommen mit nur wenigen Zuschauern? Das ist für mich momentan... Klar, du hast gerne einen Zuschau, wenn die Fans da sind. Aber ich muss mich aufs Spiel konzentrieren. Das mache ich jedes Mal. Und ich fokussiere mich aufs Spiel. Und in der Matchvorbereitung als Trainer, gab es heute einen speziellen Auflauf für euch? Nein. Wir hatten ja Zeit, um uns zu vorbereiten. Klar, wir wissen ja nicht nach langer Zeit, was die Spieler, wenn der Anpfiff kommt. Das ist immer etwas vorsichtig. Aber ich glaube, von den Vorbereitungen haben wir das Gleiche gemacht. Ja. 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 Ja.